Hallo, da sind wir wieder. Wir müssen jetzt weiterhin fliehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwo raufklettern können. Oder ob wir hier irgendwo raufklettern müssen. Ne, sieht nicht so aus. Wir laufen jetzt einfach mal weiter im Wald rum. Wie das Rotkäppchen. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Die Frage ist nur, wohin? Wir laufen jetzt einfach mal hier schnurrgerade aus. Oh, jetzt kommen wo noch Hunde und Hubschrauber. Na, ich glaube es ja. Oh je. Jetzt werden wir umstellt. Ich würde sagen, wir müssen rennen. Durch da, Mädel. Bloß nicht die Birne stoßen. Und rüber hopsen. Was machen wir jetzt? Unten runter. So. Und rüber. Oh Gott. Runter. Und nochmal runter, würde ich sagen. Ja, okay. Runter. Und hoch. Jetzt kommen wir ins Wasser. Irgendwann. Jetzt kommen da auch noch Hunde. Ich muss durchs Wasser warten. Aber die Hunde warten nicht. Die kommen hinterher. Oh Gott. Schießen die doch noch auf mich. Nee, nicht schießen. Nicht doch. Was macht ihr denn? Und raus aus dem Wassermädel. Raus mit dir. Und lauf weiter. Oh Gott. Ja, ich sehe oh nichts. Gib mir ihn aus. Oh, da ist ein Baum. Oh Gott. Da leh. Ich habe ihn gesehen. Sie kann nicht weit sein. Oh Gott. Jetzt kommt auch noch so ein doofer Hund an. Ja. Nicht mich beißen. Braves Hundilein. So was sollte man immer ein Kaoknochen dabei haben. Oder ein Schock. Schmeiß Stöckchen. So. Okay. Oh Gott. Jetzt hat er uns gebissen. Es tut mir leid. Ich bin kein Hundeschläger. Ich trete auch keine Hunde. Ich rolle mich auch nicht mit Hunden über den Boden. Und ich haue ihm auch keine Steine ins Gesicht. Okay, Rufi. Tut mir leid. Okay. Jetzt haben wir den verscheucht. Die haben ihm nicht wehgetan. Nein. Da haben wir nur alles gemacht. Müssen wir mal wieder rennen. Jetzt humpeln wir nur natürlich, weil wir angebissen wurden. Muss ich da jetzt hoch? Okay, ich muss da hoch. R2. L1. Da rüber. Und hoch. Wir brauchen mehr Lichter, Rufi. Ich lebe überhaupt nicht. Ja. 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 Und hoch schafft sie es im Leben nicht. Scheiße. Sie ist uns ertwischt. Travis. Wir brauchen die Gottverdammten Hunde. Sofort. Ach, da warten schon die Polizeiautos, schaut mal. Die haben nur reingerannt. So, da können wir unter der Brücke durch, schaut mal nach so einer Brücke. Da will sie nicht lang, okay. Sie geht wieder zurück. Da auch nicht, okay, da will sie auch nicht lang. Ich will da lang. Okay, jetzt geht's. So, aber was soll Aiden jetzt machen? Jetzt kontrollieren wir den Mann. Das war jetzt der Fahns Auto weg. Hey, was machst du denn? Ich knau' nur so moppelt. Und dann geht's aber los hier. Da ist der Hubschrauber. Und dann verfolgt. Oh je, eine Absperrung. Was machen wir jetzt? Wir halten an. Ah ja, das SWAT-Team, seht mal. Okay. Hier sind wir eine Energiekugel. Und fahren mittendurch. Feuer einstellen. Ich sagte, Feuer einstellen! Was ist meine Tango? Kein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Geht nach Bakertown. Jetzt sind wir in der Stadt. Jetzt humpeln wir natürlich. Wir wurden ja von den Hunden angebissen. Kommt mit einem riesen SWAT-Aufgebot. Gruppe drei hier in Position. Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich. Dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben. Dann sollen sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Nein, Aiden. Das ist mein Versteck. Nicht die Autos. Schaut mal da hinten. Jetzt rennt das Auto. Dann gucken wir mal, was wir mit dem hier machen können. Den kontrollieren wir wieder. Machen wir mal ein bisschen Chaos. Zu dem können wir auch hin. Was machen wir mit dem? Oh, der wird vorringen jetzt. Weg ist er. Da gehen wir nochmal hin. Da sieht man, da ist noch einer, der oren schläuft. Ja, ja. Hier schon dabei. Den kann man kontrollieren. Oh. Okay. Oh je. Kann man gut schrauber was machen? Nee, da kann man nichts machen. Oh Gott. Da ist noch einer. Ja. Ja. Ja, ja schon. Ja, da sind hier die Puppen tanzen. Ja. Weg ist er. Ja. Wir müssen mal gucken, ob hier irgendeiner Boot leuchtet. Da ist noch einer, der Boot leuchtet. Okay. Den bringen wir um. Okay. Okay. Rot ist umbringen. Orange ist kontrollieren. Okay. 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 Dann granache schmeißen. So, können wir was machen hier? Ja, genau. Was zum Teifel tut sie? Die Tür, ich komm nicht rein, mach die Tür auf! Ja, dann rein mit dir. Gut, dann machen wir das. Naja, sprechen wir das jetzt nicht gerade, sondern eher durch die Gegend schmeißen. Kann man irgendwo noch ein Auto suchen? Das haben wir noch. Kann man da überhaupt was machen, oder ist das so? Ja, ist ja gut mit ein bisschen Panik. Wir suchen ja noch nach Autos. Könnt ihr das dann nehmen? Ich suche noch Autos, die man hier durch die Gegend schmeißen kann. Müssen wir den Hubschrauber machen, ich hätte sagen. Der zieht jetzt weiter runter. Wahrscheinlich ist er doch da. Ich kann den Hubschrauberpiloten kontrollieren. So geht's auch, wenn man kein Auto zum schmeißen mehr findet, lässt man den Hubschrauber abstürzen. Da ist noch einer. Ach, das ist der Leitwolf. Definitiv. Definitiv. So Leute, das war's für heute. Wir sind fertig gejagt. Wir haben schon wieder Alternativ entschieden. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns bald. Danke fürs Zusehen. Tschüssi.